Das ist nämlich folgend... Ich bin gleich von da gekommen, weil ich da schon stand. Ich kam so rein, nicht? Da, wenn ich da gestanden worden wäre, wäre ich von da gekommen. Aber ich sagte mir, sei's drum, nicht? Also, komm von da, Junge, wenn du da schon stehst, nicht? Wäre ja albrig gewesen, wenn ich jetzt extra hinten rumgegangen wäre, nur um von da zu kommen, nicht? Deswegen kam ich gleich von da. Wenn ich da gestanden wäre, wäre ich auch von da gekommen, weil das ja so abgemacht war, dass ich von da kommen sollte. Aber ich dachte mir, komm, also von da, nicht? Wenn ich da gestanden hätte, hätte ich ja hinten rumgehen müssen, um extra von da zu kommen. Sind Sie jetzt fertig? Was? Nein. Ach, sie? Jetzt fällt mir was ein. Sind Sie nicht der Bekannte Heinz Erhard? Ja, ja, das ist mir bekannt. Nein, weil ich da schon stand. Drum, das ist Ihnen nicht bekannt. Ich stand da. Das weiß ich, Sie hätten auch von da kommen können, nicht? So, werde ich Ihnen das erzählen. Nein, werde ich... Entschuldigen Sie mal. Was? Darf ich auch einmal? Müssen Sie nie Luft holen. Ich... Also bitte, schauen Sie, Sie können doch nicht einfach da reinplatzen. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Was denkt ihr euch eigentlich, was? Ich weiß, ich weiß, was die sich denken. Ja? Ja. Die denken sich, der hätte auch von da kommen können. Aber... Da ist schon Stand. Ist gut, ja. Kam ich von da, sonst wäre ich ja hinten rum. Ja. Und es ist so glatt, so glatt ist es. Draußen. Nicht? Und es wäre dann nicht so glatt gegangen. Aber jetzt stehen Sie hier. Ja. Und wenn Sie schon hier stehen, dann müssen Sie doch das Publikum begrüßen, nicht? Ah ja? Ja, es gehört sich. Ja. Grüß Gott. Danke.